Hallo, mein Name ist Thomas und ich präsentiere euch die Poinsettien-Sorte für die nächste Saison. Die Sorte heißt WIP Performance, hat eine sehr frühe Blüte, also sieben Wochen Reaktionszeit, große Blüten, flache Traktin, das heißt die Sorte ist einfach einzutüten, sehr große Zeazien, die auch sehr lange haltbar sind, die Farbe hat ein schönes, richtig leuchtendes Rot, die Triebe sind sehr dick und steif, die Verzweigung ist mittel, das heißt man soll die Pflanze, den Steckling ein, zwei Internodien über der gewünschten Triebanzahl stutzen, also nicht zu tief und diese Sorte ist mittelstark im Wuchs, das heißt wüchsiger als die WIP Exzellent Red, sie wird größer, die Sorte ist sehr luftig, das heißt die Pflanze kann auch in feuchteren Klimaten noch relativ gut kultiviert werden, weil sie nicht portraitisempfindlich ist und sie ist sehr stabil, robust, das Gewebe ist einfach sehr stark, die Pflanze ist sehr kräftig und die Pflanze hält sehr, sehr lange auch beim Endkonsumenten zu Hause, auch unter nicht so optimalen Bedingungen. Was wir auch gesehen haben, ist, dass diese Sorte eine von den kältesten, tolerantesten Positien ist, die es auf dem Markt gibt. So, ich wünsche euch viel Erfolg mit der neuen Sorte WIP Performance.